Ja, die muss sterben. Hey, was ist denn da drüben los? Hier kommt die fliegende Ente! Oh yeah, das waren die 20! Weiter geht's! Hey Leute und willkommen zu einem TryHardTuesday! Oh mein Gott, MikroXD hat keine eigenen Ideen! Sagen wir einfach, wir spielen ernst und versuchen in Casual versuchen in Casual so viele Kills wie möglich zu machen und dabei nicht zu sterben also ich schaffe auf jeden Fall ein Godlike Beautiful! So, es geht los! 3, 2, 1 und perfekt schießen! Oh, jetzt bin ich runtergefallen! Ich hab den Rage! Okay, komm Medic! Oh mein Gott! Jetzt geht's los hier! Jetzt wird's gefährlich! Er haut ab! Er weiß, was abgeht! Okay, den Scout! Wenn die letzte Rocket noch trifft und den Scout tötet, herrlich! Ignorier mich nicht! Es kommt mir so vor, als ob mich manche Leute ignorieren würden hier! Okay, weiter geht's! Die nächste Wende von Gegnern kommen! Und wir sind schon 10er Killstreak! Oh mein Gott! Das geht schnell! Der Buff ist am Start! Fünf Kills sind drin! Ja! Oder nicht! Oh Gott! Oh ne! Ich muss hier weg! Das war schlecht! Das war schlecht! Hallo! Braucht jemand Hilfe? Hier ist der Tryhard Q-Stay-Typ! Wie bauen denn das? Wie ist dieser Engineer überhaupt lebend... Er ist ein Spy! Wie ist der Engineer überhaupt dein Leben drunter gekommen? Der Heavy passt da die ganze Zeit auf der rechten Seite auf! Buff finden wir die ganze Sache und machen den 15er! Der andere hat auch schon 15! Komm! Heavy ist gestorben! Oh yeah! Wollte grad schon sagen, ich hör da den anderen Buff, aber... I'm not scared! Wow, dieser Spy richtig sneaky-beaky! Komm den holen wir uns jetzt! Er ist irgendwo da rechts! Da ist auch noch ein Heavy! Da ist 16! Ich seh ihn! Er ist da rechts! Wo ist er hin? Ist er tot? Er ist tot! Er ist gestorben! Dieser Sneaky Spy! Sneaky Spy EU! Der Heavy muss sterben! Hey, was ist denn da drüben los? Hier kommt die fliegende Ente! Oh man! Oh yeah! Das waren die 20! Weiter geht's! Wachen da nicht grad ganz viele Heavys? Sind alle gestorben auf einmal! Das waren zwei... Wie viele Heavys? Okay, ne dann möchte ich nicht sein! Wie viel... Wie viel Heavys waren da! Ich weiß es nicht! Und die Leute laufen hier rein! Ich hoffe dieser Spy ist gestorben! Dafür nur Wände! Ich bin mal gespannt wie lange es noch geht hier! Also... Oh mein Gott! Oh Gott! Jetzt muss ich nicht das machen! Danke mir! Äh... Wir verteidigen wir die ganze Zeit nur! Und zwar den ersten Punkt! In der zweiten Stage! Es ist spannend wie man hier die ganze Zeit nur nach links, rechts guckt und runter schießt! Oh! Wir dringen ein Stück weiter vor und spawn campen sie zu Tode! Oh yeah! Die 25! Okay! 30 schafft man noch oder? Ein bisschen... Ein bisschen aufpassen! Ich bin immer so aggressive! Die aggressive Ente! Wie! Kann ich ein Zweiger? Nein! Einfach bisschen Waffbände aufladen! Dann macht man Easy Kills! What?! Haha! Oder man trifft zufällig zwei Leute! Ja! So geht das auch! Was ist los hier?! Okay! Ich hab... Ich hab den Rage! Medikall mich! Was zeige ich denn über? Voll! Ich halte die Trompete in meinem Mund! Und... Und los! So stirbt er nicht! Nein! Er hat die ganzen Kills geklaut! Dieb! Oh! Den hab ich noch gut erwischt! Er hat sie mir geklaut dieser Domen! Er hat mir geholfen! Sonst wär ich vielleicht sogar verreckt! Wow! Was war das eben?! Meine Kills werden gestealt! Und wieso hat der Schuss nicht getroffen?! Und ich bin bei 30! Hurra! Oh yeah! Oh! Oh! Er explodiert alles! Der Medic ist bei 40! Oh mein Gott! Ja! Geht da noch was?! Ne! Ne! Ich muss hier weg! Das sind Backburner Pyro! Geh weg! Geh weg Pyro! Boah! Ich hab solche Angst, dass ich... Ich werde sterben! So viel ist klar! Aber ich hab solche Angst, dass mich so ein Backburner-Parl tötet! Und es wird... Es wird passieren! Ich weiß es! Ich kann voraussehen! Okay, Medic hat den Crits bereit! Angie, bitte! Oh, er weiß wie es geht! Danke! Danke! Oh ja! Hebt die Sentry auf! Dankeschön, Angie! Oh yeah! 35! Das ist... Das ist super! Erstmal taunken! Das muss sein! Ich glaub für die Gegner macht das nicht mehr so viel Spaß! Oh mein Gott! Nein! Was?! Wo kommt dieser Pyro?! Es war ein Backburner Pyro! Ich wusste es! Und jetzt... Oh mein Gott! Die haben fast gecaptured! Hör dir diesen Spy bitte! Nein! Was für ein Killstreak hatte ich? Ich glaub das war kurz vor 40! Ach du Scheiße! Egal! Ich hatte... Ich hatte einen hohen Killstreak! Und der Spy läuft da rein! Jo, ich glaub das war's! Ich bin immer so scared! Ich hab Angst! Denn diese Leute um die Ecke laufen! Vor allem wenn's heavy sind! Nein! Ein Kack Spy! Ein Kack Spy Capture wieder! Und ich verkack den Rocket Shop! Nein! Oh mein Gott! Das war jetzt richtig knapp! Aber ich denke das war's! Danke für Sandwich! Das war's ja! Easy peasy! Das hat Spaß gemacht! Für ein neues Casual Game! Und ich hab nicht mal lange suchen müssen! So das war mein Tryhard Tuesday! Und wenn's euch gefallen hat! Dann gebt mir doch einen Daumen nach oben! Schreibt einen Kommentar! Und dann sieht man sich bei einem neuen Video! Ich hoffe! Ich hoffe! Ich war für euch Tryhard genug! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Hierinnen. Losereist. Spannende Musik bis zum nächsten Mal. Auch wenn ihr wenn auch... Losereist.